moin zockerfreunde willkommen zu einer weiteren folge ich brauche ich baue was danke fürs gespräch ich versuche dieses schmelzen zu bauen so also eisenerz steckt anscheinend nur in diesem kalkstein sandstein ja das ist natürlich ätzend aber könnte es auch nicht ändern das können wir aus diesem sandstein denn noch machen stein ich habe jetzt auf die fall noch nicht mehr rausgefunden sagen wir mal so was tolles draus bauen wenn das hier so weiterläuft kann ich gleich die die brücke aus diesem schallstein nur hinlegen das hält ja natürlich nur nicht so stein metztisch kalkstein ziegel ich gucke jetzt mal so alles durch aber ich glaube nicht dass wir hier schon irgendwo wir können wir können steinstraße bauen aber das das wird wahrscheinlich nur wenn wir wahrscheinlich mit sand oder so im wasser erst mal auffüllen weißt du wie ich mein wenn ich ehrlich bin habe ich keine ahnung was du von mir willst also wenn du darüber willst mit dem weg werden wir noch keine brücke bauen können weil so weit sind wir noch nicht ich sehe dass wir steinstraßen bauen können aus mörtel und alt stein und stein kannst du ja aus allen möglichen steinen du kannst das aus granit basteln du kannst das aus bla 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 basteln hast du ja selber gesagt in der letzten folge so jetzt ist es so dass die steinstraße aber wahrscheinlich nur auf einem irgendeinem untergrund sein kann das heißt du müsstest mit sand oder so erstmal aufschütten bis zur insel jetzt verstehen was ich mein weißt du weißt wie viel das ist ja deswegen ist es schwebende brücke oder so ein bisschen geiler gefunden ja ich auch aber wir können die mir jetzt einfach brücke an brücke und kümmer weiter ich guck gerade aber nö es geht die physik ist doch bestimmt voll für den arsch hier auch jetzt sind eine brücke rüber ich muss noch 20 steinziegel herstellen meine fresse da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht also noch mehr stein das sind noch 120 meter da wie eine brücke bauen ja mach wenn du weißt wie raus den scheiß ich bin da offen ich bin da ich bin da wir haben einen hirsch in dem haus aber da ist ja nur einer aufgehängt einfach pitti einfach pitti wie willst du denn jetzt vorgehen mit dem kopf durch die wand wie will ich vorgehen ja die brücke baum warte mal ich tauche kannst du das ganze holz mal zu dings verarbeiten so was zu dings gedöns dingens da kannst du jetzt mal hier rausgehen wie heißt das holz bearbeitet holz bearbeiten also das ja alles viel auf jeden fall also ich werde erst mal nur einfach machen naja ich guck mal was du da veranstaltest was funktioniert aber ich muss halt selber erstmal gucken wie das jetzt also mit dem dach schon mal nicht so so zwei ach so ja wer denn das holz jetzt hin irgendwo da fehlt mir wahrscheinlich einer ich weiß es nicht bis jetzt sieht es ja so aus ich habe keine ahnung was passiert wenn man das in der luft baut aber es scheint zu schwimmen ja dann am besten gleich auch zweifach ne damit du mit dem kahn darüber kannst ja weißt du wie breit das dann sein muss zwei äh wie viel materialien das kostet naja dann bin ja nur mit darüber oder nicht ich bin doch gerade bei aber du kannst mir doch jetzt erstmal einen weg für eisenerz geben da kann ja mit der schubkarrekei herüber nur hinher das wird ein bisschen schwierig weil ich soll dir den weg bauen damit ne musst du nicht kannst du aber wenn du mir das schon auch anbietest ne du hast eben gesagt ich soll dir den weg geben für eisenerz ja den einfachen erst einmal rüber erst einmal die verbindung herstellen dann kann man sie später ausbauen zu stein oder was weiß ich du sagtest ja irgendwie wir können jetzt steinwege bauen das sonst irgendwie draufsetzen oder so und das was du hast ist jetzt einfach nur der boden also ganz normaler boden warte mal ich habe jetzt floor genau also boden und das ist ja cube aber cube finde ich hässlich machen wir lieber floor da du hast du ja warum setzt er mir den jetzt nicht ran keine ahnung ich muss auch ins Wasser sprengen nehm nehm der längste steg der welt oh ja sag mal der will aber auch immer nicht aus dem wasser ja du musst ganz gerade davor und dann leert hast erhalten oder irgendwie so mal wie mache ich das geht auf bohr strange ganz schön strange der kram ganz schön strange so eine insel eine insel insel mit zwei bergen in dem team wir sind gleich da ich glaube die hälfte haben wir schon eine fehl war das ist unglaublich was fehlt ja eine von den mauern hier die eine von den mauern die ich gebaut habe kommt da noch eine ich habe keine mauer weggenommen ach da granitziegel meinst du oder was steinziegel alles gut kaum steht die brücke landen hier vögel drauf ich glaube das geht los aber das wenigstens dann der belastungstest gleich mit drin die wollen gleich alles zu scheißen naja wenn es beim vogel hält jetzt bei mir auch so schmelzen jetzt kann ich 15 minuten dauert das bestellen so jetzt ist die frage was brauchen wir denn noch also ich denke mal danach brauchen jetzt ingenieurskunst weil ohne schmelzen brauchst du ja kein ing oder was das war jetzt muss ich noch mal gucken wo ist es denn schmelzen metzger mechanik landwirtschaft kochen ich finde hier nichts über ingenieur wir heißen das immer z war es nicht doch da sind schon da bist du doch schon grundlegende technik elektrotechnik industriemechanik ölbohrung stimmt das heißt das nächste ist ja genau moin hier ingenieur ja das nächste wäre dann elektronik und elektronik werden wir noch nicht packen weil ich sag dir mal was wir für elektronik brauchen wir bräuchten dafür 50 gold barren und 50 kupfer barren wenn du mir sagst wo ich das finde aber wir was wir natürlich mal versuchen können ist fertigkeitsbuch mechanik weil das brauchen wir für die elektronik sowieso vorher und das wäre dafür brauchen wir fünf wasserräder 20 kupfer barren und 20 eisen barren und eisen barren wissen wir jetzt ja wie wir sie bekommen wir müssen nur in diese verdammte wüste gut denn da ist jetzt noch kopf warm da habe ich keine ahnung wo wir das zeug finden in die wüste oder im schneegebiet also ja entschuldige bitte da ist gut aber eigentlich kannst du auch weiter sprinten das problem ist nur wenn du dann drüben bist und abbauen willst oder so dann mir egal sonst muss ich einfach fleisch kochen wir haben ja wieder bisschen was glaube ich ich sehe die insel schon ja geil floh und sie floh der wenn man das eigentlich ja das ist ja ein steg schwimmen ist steg ja hängendes brücke ich glaube zumindest das ist aber ein ganz schöner weg finde auch ganz schön aber gut ist wahrscheinlich besser als wenn du ihn jetzt schwimmst weiß ich nicht mal ausprobieren ich schwimme naja wir müssen ja den karren rüber bringen du kannst ja nicht schwimmen mit den karren das ist ja leider das blöde ich denke mal wenn der leer ist weiß gar nicht schwimmt eine leere schubkarren müsste sie eigentlich ne knall leere ich habe kann ich 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 Tolle Musik. Finde ich auch. Na ja, es sind nur zwölf Holz, aber ich gehe trotzdem los. Lass mal beim Rückweg langsam Eisenerz mitnehmen. Das ist ja nicht mehr weit, oder? Ich glaube, ich bin da. Also nicht ganz. Es fehlen nur zwei, dann bin ich auf Land. Du bist auf Land, Digga. Du bist auf Land. Ja, genau. Links ist Erz, dann rechts sind die ganzen anderen Scheißsteine. Warte, mir juckt die Nase. Da hatte ich auch gerade das Problem. Ah, meine Juckt immer. Ich werde alt. Weißt du, die Nasenhaare wachsen immer ganz doll. Ja, no interest, sorry. Ich kann dir auch noch was von meinen Ohrhaaren erzählen. Auch die wachsen immer, Alter. Schlimmer. Ich sage erst mal Prost. Ja. Und wie vergesse ich das jetzt wieder? Was? Und wie vergesse ich das jetzt wieder? Alter, komm. Nasenhaare und Ohrhaare sind ja jetzt wohl nicht so eklig. Du bist ein Mann. Wir reden meistens über ganz, ganz andere Sachen. Ich versetze die Brücke zwei weiter nach rechts. Warum? Weil das schöner aussieht hier hinten am Ende ein Ende. Da kommst du nämlich genau mittig auf die Mine zu. Ist doch scheißegal. Ja, okay, dann nicht. Ja, weil sonst ist sie am Haus. So kommen wir jetzt hier wenigstens noch, weißt du? Hä, nee, rechts. Also das andere rechts. Wenn du aus Wasser guckst, zwei rechts. Also wenn ich jetzt in deine Richtung gucke, also von dir aus links. Genau. Ja, dann mach das doch. Ist wieder egal. Jetzt habe ich schon wieder zurückgebaut. Ich lasse sie jetzt so, wie sie ist. Ja, okay. Ich komme jetzt zu dir und baue dann gleich nochmal eine zweite daneben. Damit wir auch mit den großen Karten da rüberkommen. Aber es ging eigentlich, das war gar nicht so teuer, oder? Ja, nur Holz. Jetzt machst du es ja doch. Nein, ich baue gerade wieder zurück. Achso. So. Das war's. Nein. Ja. Also wenn es hier jetzt Schiffe gibt, haben sie jetzt verkackt. Ach was. Guck mal auf deine Map. Ja, du? Ziehst du den Streifen nicht quer durchs Wasser? Ja, doch. Klar. Hätte ich mir jetzt aber auch gedacht, weil den anderen Scheiß sehen wir ja auch, was wir bauen. So nah bin ich nicht reingezoomt. Nee. Nope. So. Dann haben wir mal den Rest mit hier. So, alles kaputt. Ja. Die Insel können wir komplett auseinandernehmen. Dass keine Insel mehr da ist. So richtig Mensch. Von mir aus. Braucht doch keine Sau. Ja, ey. Das ist echt so. Das Leben, was hier ist, können wir umsiedeln. Ob es da leben kann oder nicht, das ist mir doch egal. Wir können ja über den Steg rüberlaufen. Also wir zünden die Insel einfach von der anderen Seite her an und dann rennen wir alle automatisch rüber. Soweit die Theorie hier. Gut, jetzt haben wir 40 Eisenerze im Lager. Das ist doch mal, da kann man doch mal sagen, wup, wup. Oder wie oder was. Na ja, ist schon ganz geil. Oh. Es wird kein Holz mehr hergestellt oder? Dann müssen wir mal wieder was tun. Ist doch egal, oder? Doch, er sagt ja. War ich im falschen Lager oder was? Was ist da jetzt? Irgendwann mitten in der Nacht, weißt du, Werden wir denn von so einem lauten Geweckt, weil der Dampfer durch will? Naja. Wenn der Käpt'n Brassmann mit seinem Kutter hier vorbei will, dann nimmt er uns halt einfach mal unseren Steg weg. So. Bisher kein Eisenerz mehr wiedergefunden hier, oder was? Nee, ne? Hast du noch nichts gefunden? Scheiße. Vor allem wird's langsam dunkel. Ja. Das ist immer scheiße, wenn man dann, ähm... Sehen will, worauf man rumkloppt hier. Ja. Genau. Danke. Du hast mir... Die Worte aus dem Munde genommen. Uuuh! Sooo... Ich brauche jetzt diesen Kalkscheiß, ey. Kannst du mit irgendwas anfangen? Wir könnten's halt zu Steinen verarbeiten. Keine Ahnung. Falls wir's zum Baumen brauchen. Aber erstmal... Nicht unbedingt. Ich mach irgendwas damit. Ist mega geil. Hauptsache, die Scheiße kommt ja weg. Jetzt nehmen wir mich ganz schön überhand hier. Boah, es gibt Fallschaden. Liebe Leute, merkt ihr auch, dass der nur am Meckern ist? Ich guck mich gar nicht. Jetzt ist wieder nur über mich her. Tu ich gar nicht. So. So. Gucken wir mal, ob wir den Karren da gleich rüberkriegen, wenn wir fertig sind. Das wäre toll. Aber wir waren es wahrscheinlich das einzigste Eisenerz überhaupt auf der ganzen Insel. Und wir haben uns die ganze Scheiße hier umsonst gemacht. Egal, dann baue ich die Brücke irgendwo anders hin. Das ist ne Idee. Das Schöne ist ja, die Ressourcen sind ja in diesem Spiel nicht weg. Ne. Sie hat nur jemand anders. Hehehe. Jetzt hör ich's aber nicht mehr... ...ackern hier, das Ding. Ah, das Eisenerz. Nein. Ich bin zu hungrig zum Arbeiten. Ja, also ich nehm da mal so'n Fuhre Kalksteine hier mit, ne? Ne. Machen wir das Lager damit nicht voll mit der Scheiße. Doch. Sonst soll ich hier damit. Dann muss ich erst mal stehen da. Schön, oder? Frist doch kein Brot. Das sieht aber nicht so schön aus. Ja, das ist echt schön. Auch wenn du dich mal verbaust hier. Ja. Ich erinnere mich jetzt so an Seven Days. Weißt du, wenn ich denn da mit diesen komischen Gittern da gearbeitet hab und das denn mal kurz in die Luft gebaut hab. Abreißen. Kaputt. Gut, du hast ein bisschen Ressourcen wiedergekriegt, aber Betonung liegt auf ein bisschen. Ja, da geb ich dir rechts. Das ist halt schon sehr entspannt, was es so geht. So. Gut, der Stein bleibt hier. Mein Werkzeug ist im Argen. Achso, ne, Stein. Ich bin ja jetzt schon gleich zum Arbeiten, ne? Gerne von Muschel. Muschel öffnen. Rezept. Okay. Seeigel ausnehmen. Rezept. Das ist gut. Bist du ja schon fast durch hier mit der Brücke. Ja, meinst du, ich schlaf hier oder was? Ja, irgendwie, ja. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Nee. Die Leute wollen was sehen. Na geil, ey. Dass diese Brücke auch die Krümmung von dieser Erde hat, ne? Ist schon ziemlich geil. Ja. Ich kann dir den Rest mit Kalkstein verfüllen, wenn du willst. Nein. Nee? Nö. Ich verstehe jetzt, ne. Ich auch nicht. Oh, das braucht Metallbarren. Gut. Das haben wir, das haben wir. Genau. Mein Charakter hatte Hunger. Ja, ein noch, würde ich sagen. Also tippe ich. Ja, kommt hin. Der braucht noch kurz. Ja, ja, hier nochmal ein bisschen mein Weizen ein bisschen durchördeln hier. Filet braucht zwölf. Vorbereitetes Fleisch. Fleischreste. So, Min-Jung. Das war's. Wie das war's. Wo ist denn unser Riesenkarren? Leer ist da? Der Riesenkarren ist fertig. Ja. Na, heiiss. Hä, wo sind denn jetzt schon die da? Gegrillte so was, hier brauche ich noch eine. So, ich laufe mit dem Karren drüber, das funktioniert auch. Und nur immer schön mittig bleiben, ne? Ja. Man könnte jetzt ja sagen, man macht ihn drei breit und macht dann links und rechts nochmal zwei, zwei Mauern. Kann man machen. Obwohl die Mauern gehen, die Mauern gehen auch mittig da drauf, oder? Also müssten wir noch zwei noch mehr machen, oder? Das geht ja. Man fällt ja eigentlich nicht runter, das glaube ich nicht. Also da muss man schon blöde für sein. Na gut, ich spiele mit dir, ne? Dann baue ich lieber gleich nochmal was. Äh, geil, man braucht echt, egal, ja, mach mal. Hättest du jetzt auch Arschloch schreien können. Ne, jetzt enthalte ich mich mal. Okay. Will ich nicht mehr. Ah, guck mal, hier ist auch wieder Eisenerz. Wo ist dieser verkackte Farnsalat, wenn man ihn braucht? Da, 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 da. Ich trockne jetzt Farn, mal gucken, was passiert. Oh Mann, hab ich das jetzt eigentlich nicht gemacht. Egal. Das ist teilweise echt frustrierend. Wenn man jetzt sieht, oh, ich hab hier Eisenerz gefunden. Und dann haut man einmal drauf und das war's. Mehr gibt es einfach mal eben nicht. Ja. Na gut, dann Reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. Aber du hast das Prinzip verstanden damit, im Kreis, sich langsam runterdingsen, ne? Was, nö, ich bin woanders. Was? Du machst dein Kram, ich mach mein Kram. Gut. So können wir uns gegenseitig nicht, äh, weißt du? Ich bin schon wieder zu hungrig, um irgendwas ziehen zu können hier, ey. Mit Irre. Gegrillter Fisch. Ess ich jetzt. Gab's nicht mal irgend so'n Herd oder so? Kann man ja nicht. Backofen. Ah, guck mal. Eisenbahn 20, Ziegel 50. Kannst du schon Ziegel brennen? Müsste ich gleich mal gucken, ob ich das kann. Also, das ist ja kein Steinziegel, sondern musst du ja richtig brennen, glaub ich, ne? So, was ist denn... Das ist der, und der kann Shale Brick. Ja. Und das braucht Schiefer und Lehm. Und dazu noch Mörtel. Ziegel. Oder nimmst fünf Lehm und acht Mörtel. Oder halt statt... Fünf Lehm. Ach so, na, drei Lehm weniger, dafür 16 Schiefer. Naja. Kein Kraftstoff mehr. Ja, ist mir egal. Ach, der kann Amboss. So, die hier formt das Stück Metall, Bahn, Werkzeug oder anderes nützlich zu hämmern. Die Revier-Läufe verändert den Ertrag um 100% durch die neue Raumstufe. Einmal Eis. Einmal. Und jetzt ist hier schon wieder nüscht. Die wollen wir verarschen. It's a game. It's a fucking game. What? Gegrillter Fisch. Heute auf den Tisch. Kommt frisch ein Fisch. Und... dieser... Fisch. War das Gollum? Ja. Dann hättest du... Fisch auf den Tisch. Kommt heute ein Fisch. Na, weiter. Ich kenn das Lied nicht. Also den Text nicht. Konnte das jetzt nur... Irgendwie nur zu Gollum zuordnen. Na, prügelt er sich gerade rohen Fisch rein und beißt ihn in die Kehle durch. Yummy, yummy. Naja, das ist schon... Chinesisch für Fortgeschrittene. China-Küche. City Park. City Park. Ich muss sagen... Brücke ist leider geil. Ja. You ride my friend. Bin ich rechts. Was? Nee. Wir hoffen. Nicht, dass ich hier mit so einem AfD-Wähler nachher noch zocke. Das geht gar nicht. Wo hast du dich jetzt eigentlich positioniert hier? Bisschen weiter links von dir. Bisschen weiter links von dir. Eisenhörz. Bisschen weiter links von mir. Und ich hab Eisenhörz. Alter, hier sind richtig viele von diesen komischen Viechern. Nicht viele? Schafen. Achso, hier ist der Karren. Ja. Ich hab Eisenhörz gefunden. Okay, so jetzt. You're too hungry to work. Sag das nochmal, bitte. Nix. Nein. Eisenhörz. Guck das verhängt so an. Ich höre, dass du nebenan bist. Achso, so nah? Anscheinend. Oh ja. Ah Gott, der riecht jetzt halt weg. Ich wollte eigentlich mit 20 hier nur rausrennen, aber... Manchmal geht es halt nicht. So wie man sich das vorstellt. Na. Aber ich habe Eisenhörz. Das sind wahrscheinlich nur die zwei, die ich jetzt hier sehe. Jo, ist auch wirklich so. Also ist echt seltener Rohstoff, muss man so sagen. Na, noch. Meinst du, wir finden nochmal so eine richtig fette Ader? Naja. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Seven Days. Am Anfang war auch Eisenerz so die Ressource... Äh... Äh... Schon wieder dafür Eisenerz ausgeben. Und... Ja, jetzt irgendwann hast du das Zeug einfach nur noch... In Kiloweise durchgepumpt. Oder Tonnenweise. Kiloweise, ey. Oh Mann, Alter. Inventar voll. Hm, hm, hm. Wie ist denn da diese komische Gesteuern hier? Ja, ja. Ja. So, ich habe wieder die nächste Ader Eisenerz hier gefunden. Aber bei mir war es jetzt eben keine Ader eigentlich. Kann ich jetzt nicht behaupten. Oh doch, da ist wieder was. Es sind wieder vier Steine nebeneinander. Also ich denke mal... Ich habe hier eben nur zwei. Und jetzt habe ich wieder, weiß ich nicht, einen. Ich will mal deine Mine gucken, wo bist du? Wo ist denn hier der Entrance? Ah, hier ist Eisenerz. So, hier irgendwo stecken. Da bist du. Ah, da hast du dich so reingegraben. Okay. Ja, erstmal, ne? Ich dachte, du wärst hier ein bisschen... Aha. Was denn? Äh... Ne, ich dachte, du wärst irgendwie viel näher. Bin ich gar nicht so nah? Ne, du bist voll weit weg. Okay. Na dann. Ich dachte, ich haue jetzt gleich die Mauer durch und bin bei dir. Alter. Ernsthaft jetzt? Boom. Was denn? Voll überzogen sehe ich gerade. Liebe Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Sehen uns in der nächsten Folge. Und dann, ja... Werden wir diese kleine Insel mal so ein bisschen ausschlachten, was Eisenerz angeht. Bis denn, Antenne! Bis denn, Antenne! Ich versuche jetzt zum Beispiel zu zweit. Bis denn, Antenne! Vielen Dank.